Ja, wir haben gleich eine Ferrari aus dem Moosbach. Ferrari. Ja, der ist schön. So ein Spalter, oder? Ich bin kein Ferrari gespätter, aber ich habe auch so ein Spalter. Was ist das hier einmal? In die Farbe. Das ist ja schön, oder? Der neue Cabrio? Das ist mein neuer Cabrio. Sebastian Ferrari. Komm, wir machen uns beide hier. Ja, ich mache so ein Foto. Sebastian, komm, wir machen uns zusammen. Das hat sich hier so geklemmt. Wir machen uns zusammen. Wie fühlst du dich für einen Ferrari, Sebastian? Super stark. Cool, oder? Klasse. Jetzt bist du dabei und siehst gleich einen Ferrari. Letztes Mal haben wir ein anderes Auto gehabt, aber jetzt haben wir einen Ferrari. Cool. Was ist das für einer? Da hinten steht es drauf. Kannst du das lesen? Kein Ferrari, oder? Ich auch nicht. Da steht was drauf. Das ist noch von Design. Das ist noch von Design. Da müssen wir gucken. Design. Das sind bestimmt Bücher. Also ich denke mal so die Form von Speiler, oder? Ja, glaube ich auch. Also ich kenne mich auch nicht zum Feuer hier aus. Weil man es nicht so oft sieht eigentlich. Ne, weil man es sich nicht leisten kann. Und es nicht so oft sieht. Ah! Jetzt sind wir. Guck mal da. Was jetzt? Oh! F. 430. 360 km. Jawoll. F430 ist es. Ja, da ist er doch. Das ist jetzt drauf. F430. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, Justus, erzähl mal. Wie lange fährst du denn jetzt denn schon? Nicht lang. Sag doch mal. 400. 400. Dach hoch bis 360 km. Dritter Messer bis 10.000. Drehung. Zwei Sitzer. Ja. Und da steht drauf. F430. Warte mal. Wie fährst du? Das ist keine Ahnung. 300? 400? Mehr. Das ist so eine Frage, weil es ist 3 bis 400.